Oh mein Gott, oh mein Gott, es passiert! Guck mal, kleiner Trick, du kannst einfach in der Luft jetzt Leertaste... Spring einfach nach oben und drück Doppel-Leertaste. Oh mein... Kevin, flieg! Was geht und willkommen zum ersten Hochformat-Highlight-Video. Abfahr! Hey Isa, wenn ich dich jetzt um 6 bitten würde, wäre deine Antwort die gleiche, die du auf diese Frage gibst? Äh, meine Antwort wäre, du Hurensohn. Aber deine Tastatur ist heute ein bisschen schief auch, ne? Basti, mach Gesicht und Facecam. Oh, das stimmt. Das ist natürlich... Du bist längst im Tacken zu hoch, tu mir leid, aber... Da kann ich die ganze Zeit nicht weggucken. Warte, warte, ich hab was für dich, dann kann ich den einfach kurz machen. Junge, Basti, ich habe dich dafür, ich habe dich so sehr dafür. Das ist das Schlimmste, Alter. Also auf den Sound der Maus. Meldermann. Jürgen, perfect timing, wirklich. So gebrochen. Die Kamera, die ausgeht, ist Comedy Gold. Oh, guck mal da, rechts. Oh, oh, oh! Alright, bro. So. Und hops! So. So. It's just, it's just the first time we get that rum. How were we? Who messaged. See you at the end? I was walking with these guys on the ground. I was like, oh, oh! I was so.